Which is in question? Farewell, Crane! And remember, if it starts to rain, go indoors! Oh, oh, jetzt geht's ab. Au, 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 au! Okay, ich fuhre eigentlich oben rauf. 3, 2, 1! Ich bin drauf! Los! Ja! Lass uns wegfliegen! Woooo! Äh, ja. Was will das? Wie ihr beide gleichzeitig noch von der Rot gewonnen seid. Pinzertod, muss man sagen. Gut. Oh, ne Kiste. Rest in peace, guys. Rest in peace, guys. Ich kann die Kiste immer noch nicht aufmongen. Das geile ist, wie, wie seid ihr einfach viel näher an die wir spawnen? Hier, du musst das tracking device erstmal nehmen, Mensch. Alles mal. Alter, was passiert mit deinem Auto gerade hinter mir? What the fuck? Was ist denn? Es steht einfach da. Äh, nein. Nein, nein, nein. Es tut alles. Es tut alles. Es steht nur nicht... Nein. Nein, nein. Was macht's denn? Pass auf, warte. Ich guck mal, was passiert, wenn ich näher rangehe. Ja, du stehst gerade drauf. What the fuck? Nein, tu ich nicht! Was? Ja, Lowrider. Okay. Aber passiert eigentlich meine Geforce Experience nicht mehr. Dein Auto ist, äh, tiefer geweckt. Was? Jetzt dreht sich's. Und dann dreht sich's. Und dann dreht sich's. Ich meinte die Kiste aus, mir egal. Wer ist die Kiste denn? Ich meine noch nicht noch.